Musik Herzlich Willkommen an der Hochschule Esslingen am Standort Göppingen. Drei Fakultäten, eine gemeinsame Zukunft. Und am Standort Göppingen wird ihnen so einiges geboten. Eine neue Vision. Auf 1300 Quadratmeter soll am Campus eine futuristische Tiny House Siedlung entstehen. Leben im Tiny House. So geht Nachhaltigkeit heute. Modernste PV-Anlagen. Autarkie. Smart Home-Ansätze. Forschen. Selbstständiges Arbeiten. Connecten. Und vor allem viel Platz. Konzipierte Freiflächen für die Studierenden zur freien Entfaltung. Zeit zusammen verbringen. Und das vor allem im Herzstück der Siedlung. Dem neuen Café Campus. Ein Zusammenschluss aus drei Containern im Erdgeschoss und einem weiteren Container im Obergeschoss bietet Sonnenterrasse, Vergnügungsmöglichkeiten und reichlich Platz, um neue Kollegen zu treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1. Süd记 серfeiertes ZDF für funk, 2017 planung des ZDF für funk, 2017 anger Verfonds und Entfing ver root. Untertitelung des ZDF, 2020